jetzt startet die aufnahme so mit mit einer premiere bei bei den spielungen das erste mal gesagt ziehen die monate nachdem der dlc auch schon mal rausgekommen ist ein halbes jahr wo man es geschafft die web zu zeigen und dann deswegen auch als bonus folge kann natürlich sein dass das wir noch mal eine richtige folge machen wo man die findet ja genau danach wird sich wahrscheinlich dann ausrichtet nicht wie er die folge findet sondern wie ich euch finde ich mach mal ein bisschen lauter hallo so und das ist also sarah sinne mit das sari ziehen politiker alter was ist denn hier los naja geht es auch nicht ab wie man muss eigentlich eigentlich schlecht man muss halt nur mal rin kommen in diese dinge hier muss erst mal in die subz kapelle wenn scheiße draußen stehen die hoch so ja die können auch rauskommen achso das ist ja ein ding du solltest du dich jetzt singen ja nur und bist du versorger aha auf jeden mal steht rechts neben mir erinner ist klar gut ist schön schön für ihn wunderbar wen spielst du der ding jetzt eigentlich nur vertäuscht vertäuschte rollen vertäuscht müsste ich der versorger sein und du der sani eigentlich spiele ich immer den versorger ja aber weil wir doch beide auf sich kommen wollen das wechseln wir dann auch noch mal ach so gut dann ist klar zu befehlen machen wir wieso bin ich hier eigentlich alleine unter allen gegnern hier ja auf einer karte die man nicht kennt ist natürlich immer traum am anfang und das ist natürlich ein schneller albtraum werden na glaube ich auch bei dir kann ich mal wieder ja nicht spawnen ne ich bin eigentlich ganz gut frei hier ja jetzt wollen die immer nicht weil die wissen dass wir zu zweit ja ich spawn bei dir und werde direkt abgeknallt genau ja gut okay aber eine sani wiederbelebung wäre cool man liegt wieder so behindert aber danke sehr gut dumm angestellt weggesnipert ist dann sani oder soll ich deine ordnung ist schon gut ich bin tot ne meine klasse an ja läuft bei mir hier fünf zu vier schon mann mann geht ja 20 sekunden auf der märkte sani 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 krass bei dir gespawnt und du wirst direkt vor mir abgeknallt na ist ja geil hier und ich hoch tot schön wotest du nicht zurückgesetzt ne wurde ich nicht das hat noch nicht erreicht du bist anscheinend der tausendste sekunde zu früh zu spät gestorben ach komm hier hinten ist ja noch a ich nehme erstmal mit a ein paar punkte hier na auf jeden fall gute idee du hast ja auch noch einen boost an ach läuft ja noch ja hab ich gar nicht mehr dran gedacht oh man bleibt doch einfach stehen mit dem scheiß schwuchtelpanzer hier du spaß ich weiß nicht was er hier hin und her guckt oh ich bin raus ich bin raus ich bin raus ihr freunde hier steht ja auch noch der gaul naja dann reite mal lass meinen gaul weg hier reite ihn muss ich erstmal zähmen naja hier steig ich aber mal ab naja da bist du aber ungefähr da musst du halt lange sitzen wie ist was passiert wenn ich hier naja aber wenn ich hier weiter reite werde ich garantiert na da kommt doch schon die erste nutte da raus aus dem haus ach du mir sind sie um die ecke ja jetzt alter bin ich schlecht ey und seit wann habe ich eigentlich zwei haften Minen dabei von anfang an echt? naja kam ja auch ne wurde ja gepatcht ne mhm vielleicht hat sich da nicht weitergegeben ich glaube er das lag an dem an der versorgungstasche da da lag irgendwo eine aber dass man die so schnell hintereinander aufnimmt ich hab eh ne geworfen und hatte gleich die zweite in der hand ja das war komisch ja das haben sie sich ja wirklich mal geändert ach hier haben wir nur drei einsatzpunkte ok das ist ja krass kommen wir hier mal rin in die kirche kirche ooooooooh weggeschrotflintet das war ne gute idee da rin zu laufen das war definitiv ne bomben idee boah hä am buswerfer nur weil ich den da wiederbelebt habe du Hornsson obwohl du vom Bartender hab geknallt vom Bartender? okay Bartender und raus aber ich denke mal das ist ne Map die wird dir ganz süd gefallen wie gesagt also mir fällt es auch ganz süd du hast halt nur manchmal Probleme rin zu kommen hallo neu von den Spielunken ploppt hier gerade bei mir aufn was haben wir die Spielungen ach so ja das ist neue Video jetzt ihr könnt euch jetzt rin ziehen übrigens ihr könnt euch rin ziehen ja da kam wieder neue Video raus Folge 500 1000 80 38 und global müsste heute die die Frauke Ludewig Folge sein ja aber Frauke Ludewig heißt nicht Ludo sondern Ludewig das ist wie loyal darf ja nicht den richtigen Namen da müssen wir vielleicht sonst kriegen wir noch ne Anzeige hier von Frauke von Frauke Ludewig ja die soll man machen ey okay melde dich mal bei uns wenn du damit ein Problem hast wir haben ja auch schon Frank Buschmann eingebunden in der deren deren Bushyfield Folge mehr kennst du nicht ja einfach mal suchen nach Buschyfield Mann Mann ey einfach Buschyfield genau Baji oh pübeln sie denn bei euch da schon wieder in der Wohnung meine Fresse wir haben ja die Schister da na so sagst du dit sagst du ne die gehen heute noch auf ein Konzert Mann runter wo hin denn Materia ne Materia cool Materia Max Schmeling alle ah ja sehr geil die neuer die neue Max Schmeling alle die neue Max Schmeling alle die neue Max Schmeling alle die wir sie jetzt gebaut haben auf die alte drauf er muss so ne Treppe außen nehmen naja ich weiß nicht wo lebst du noch ne ja doch ich lebe noch ich kann nicht bei dir spawnen doch jetzt endlich mal ja ich werde eh gleich wieder abgeknallt wahrscheinlich instant mäßig bleib einfach hinter mir wenn ich wüsste wo du bist überhaupt na wenn du bei mir gespawnt bist müsstest du mich ja relativ leicht finden naja komischerweise bist du übelst weit weg obwohl ich bei dir gespawnt bin angeblich da ich sehe dich kann man hier hinrennen ne 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 bei dem fenster kannst du hoch und dran klettern und rüber gucken wie bei assassin's street oder runtergeschaufelt hier ja nicht wie bei assassin's street so direkt aber architektonisch erinnert erinnert er so ein bisschen an assassin's street hier so eine kuppel und alle ruft um und dran hier ja also von den ganzen russen karten habe ich von der den besten ersten eindruck auf jeden fall nach einem halben jahr das ist schon mal viel naja seit september aber so ist jetzt gegen die angst und ja ich glaube ich direkt wieder beliebt mehr siehst du das hier was nie mehr als prässt aber heute habe ich nicht überhaupt nicht getroffen ist klar und schlecht wo die gar nicht nehmen wir munition ich bin tot ach so da oben hockt die nutte ja die hocken auch da oben auf dem fensterrahmen und das gibt es nicht spawnschutz 0 und man kommt nicht von der anderen seite hier rein doch von mir bekommst von allen seiten kommst du irgendwie ran wollen wir mal hier näher so hier die fenster kannst du hier kannst du in der regel nicht da runter gefallen der hat sich selber ein brot gestürzt wunderbar danke ich hab dich hier hielt man jeder hier lang schmal mit seiner schalschrotflinte du fotze Perino irgendwo da hinten hockt einer und schießt mit dem Perino danke klingt wie eine Nullsorte man das ist wahrscheinlich auch so eine italienische waffe wo ist eine gasgranate scheiße kommt jemand da ja wir sind immer vor machen da oben vor sich nein nein hier nicht hin ich hab dir heilen rüber gezwiebelt wir können hier noch weiter gehen weg komme komme hast du genau die falsche richtung geguckt ne ich komme ja achso ich meine dich ja nicht naja wiederbelebung wenn du überlebst ja kann ich deine klasse nehmen armbrust warf ja er lebt immer noch die ure wenn ich wüsste wo deine waffe liegt dann wäre das schon mal gut bei mir liegt sie noch am Kopf hier kapsel kapsel ooo weg weg ich bin nur weggesnipet oooooh und dick bin tot schade naja im versuch was wert ah ne naja gut hab mal als befehl gegeben können sie mal angucken kannst du jetzt ja sowieso gehen also für den anderen zumindest nicht naja ja alter er kommt hier nicht rüber ey hä wer ist wer ist wie hat er mich denn getötet da jetzt durch die wand geschossen oder wie keine ahnung klar nehm mal den sturmsoldaten rein so geht ihr los tschüssi viel spaß machs gut viel spaß tschüss ach ach du bist dannzig bist dannzig ja du bist zu deinem Panzer drin ooo ey klar irgendwie zieh dich aber auch schon wieder total behindert ey man ich bin aber auch ein idiot ich sechs mal hat der mich schon getötet na sag mal bist du behindert oder was sechs mal alter krass naja schön ich werd hier auch nur abgeknallt hab ich einen sniper genommen und bin direkt bei dir gespawnt naja viel spaß hier du viel spaß du hier haben wir spaß und die granate und tschüss ey krass raus aus dem draht mann Gottes willen ey ich nehm mir mal hier diese Panzerabwehrklasse oder warte das Villa Perosa achja bist du bei B oder bei A doch ach ich bin tot jetzt noch achso gut ach du scheiße da hinten kommt ein Panzer ach du ich könnte mir mal eine erhöhte Position suchen wo ich jetzt hier snipern kann mhm wir kommen hier nicht weiter weil der Panzer da steht ey ist das ätzend der Nuttenkopf hat sich echt so ein Schild da aufgestellt ey aber das kann er vergessen ach komm wir kommen mal zu euch zu B wie wie er sich hier rein quetschen will mit seinem Panzer egal pfff den hab ich nicht getroffen na das überlege ich mir aber nochmal äh also überlege ich mir nicht das äh überlege ich nicht lad doch mal nach ey ist das in ernst alter wie lange der nachlädt mit der Perosa Pisse hier alter toll jetzt wo ich sniper bin dann nehmen wir B ein oder warte dann sind wir zumindest bei B und dann ist das in den vor Ort und dann ist das in den den der den Hm, das ist klar. Natürlich. Wo kommt denn hinter mir einer her, bitte? Fotzen-Hure, ey. Weg hier. Oh, eine weibliche Sniperin. Oh, ich hab ihn da oben, ihr habt es genau in den Schädel, du Spaß. Und noch ihn, yeah. Mir fällt ihm ja nichts mit dem Sniper. Nee, das kann ich noch nicht sein. Geil. Da muss man ja auch mal an Level 50 kommen, ja. Nein, letztens hast du ja noch gesagt, dass das eh nicht passieren wird. Ach, das glaube ich nicht, dass ich das gesagt habe. Das glaube ich nicht, mein Mann. Ja, das Videogramm ich nochmal raus. Mann. Weiß es nicht, wo sind die denn hier? Rüber. Boah, Alter, hier geht es aber Blut ab. Wenn man den Bildschirm anschreit, dann geht es immer besser. Ja. Das wissen wir ja alle. Das ist so, ja. Das ist so, das. Ja, ist klar, er rennt einfach vorbei an mir. Naja, natürlich. Mach mal. Mach das mal. Was ist denn das für eine Waffe, die ich hier drin habe mit dem Sani? Wieso ist das nicht die Führer-Rover? Mann, ey. Das ist doch einfach, ey. Fahr Kuh oder irgendwas. Ach, meine Fresse, ey. Ich habe ihn, ey. Aus. Mann, jetzt belebt er die alle wieder hier, ey. Das ist ja nüchtern. Oh. Oh, du hörst hier nur die Schritte hier drin, ey. In dem Haus. Oh, ey. Oh. Ich habe Besuch bekommen. Ich werde mal meinen Besuch kurz hallo sagen. Besuch? Oh, guck mal. Naja, Gabi. Ach so. Und gleich wieder da. Ja. Ja. Na, das war dann eine tolle erste Runde hier. Auf der Russenkarte. Schön negativ bestimmt. 14, 17er. Oh Gott, ey. Naja, aber in sich keine schlechte Karte. Auf jeden Fall im Auge behalten mal. So, Gabi ist da. Ursula ist gerade die Young.